Was ist Jürgen Jaschonek? Mit A5-Platten über A4 bis hin zu A3. Dies alles auch in Hochformat oder in Querformat. Unsere Schreibplatten werden in verschiedenen Materialien gefertigt. Von Einfach, das heißt von Folie über Holz über Pappe bis hin zu ABS-Kunststoffen, bruchfesten Kunststoffen und bis hin zu hochwertigen Materialien wie Acryl und Aluminium. Damit Sie für Ihren Einsatz die richtige Schreibplatte finden, bieten wir auch zahlreiche Zusatzfunktionen noch an. Das heißt entweder mit einem Papieranschlag oder eine Platte mit Rechter oder Magnet haftend oder auch mit Durchschreibeschutz, wo Sie Lieferscheine oder Aufträge erfassen können. Die Maul-Schreibplatte bietet sich auch hervorragend für Ihren Werbeeindruck. Entweder auf der Klemmleiste oder auch auf der gesamten Platte. Der Klemmleiste oder played Untertitelung des ZDF, 2020